Für mich persönlich ist es super, ich habe jedes Spiel gespielt, auch recht erfolgreich bis jetzt. Mein größter Verfolg oder Höhepunkt war, als ich mit 18 zwei Drücklinge einsetze, weil ich das offenbar hatte in der 3. Liga und vor 2 Jahren mit der Eintrittung 23 in Singapur vor 25.000 gespielt habe. Den Aufstieg mit Rudolf Frankfurt in die Regionalliga wäre schon ein Highlight. Den Turniersieg wie in Brasilien. Bis zum nächsten Mal.